Ich finde es einfach genial. Ich habe es so vermisst, die Mädels zu sehen hier im Training und ich fand auch unser Training hier war einfach genau was wir haben gebraucht. Wir kommen wieder im Rhythmus und man sieht auch, dass die Mädels das brauchen. Es ist klar, dass es die Beste, was es hier im Land gibt und man sieht auch, wenn sie zusammen trainieren, wird das Niveau auch höher. Es ist ungewandt, die Stützpunkt-Training zu haben, so kurz vor der Saison bzw. gerade am Saison Anfang, weil wir alle eine recht intensive Vorbereitung hinter uns haben und trotzdem macht es irgendwie Spass, um auch die Leute von den anderen Mannschaften zu sehen und mit ihnen zusammen zu spielen, bevor eigentlich der Ernstkampf losgeht. Darum bin ich positiv überrascht von diesen Trainings oder dem Stützpunkt, den wir jetzt haben.